Ja, der Himmel ist immer noch blau. Der Oktober macht seinen Namen alle Ehren. Goldener Oktober. Einwandfrei. So, Spatzen sind versorgt. Mal ranmachen, falls der Paule doch kommt. So, naja, ich hab nicht viel geholt. Ich will ja auch nicht viel machen. Bisschen was für die Gesundheit. Krautsalat, Blaubeeren. Das esse ich immer ganz gerne. Das ist gut. So, hab ich mal noch mal Kassler geholt. Oder diesmal einen anderen Kassler. Delikatessegurten. Marionäse. Ich hab vor, am Wochenende einen Kartoffelsalat zu machen. Ich hab so viele kleine Kartoffeln, die müssen weg. Also meinen Kartoffelsalat mit Kassler dazu. So, was zum Naschen. Backwagenabteilung. Eine Semmel. Ja, das ist hier so ein A-Zopf, Nuss-Zopf, Nusse oder was ich, was das ist. Ich muss, ich muss mal angewöhnen, dass ich die, dass ich das lese, was ich auch kaufe. Tja, Vanille im Stamm. Twister hab ich nicht geholt. Dafür hab ich gattet, wa? So. Ich höre was. Aha, ein Spatz ist da. Aha, wie heißt das, der frühe Spatz fängt den Vogel, äh ne, den Wurm. So, mal gucken, was Paulchen macht. Paulchen? Na ja, klar. Paulchen ist auf dem Balkon, wa? Hast du die pinkelt, wa? Hast du da markiert? Paolo, Paolo da. Hier, schau mal. Ja. Ja. Na siehst du das, was ich hier weggeschnitten habe, sieht man kaum noch. Leute, jetzt wirst du gestreichelt werden, ja? Ja. Ja. Paolo. Hast du nicht heute zu tun, Mensch? Ich will eh, ob ich frei mache. Heute ne Pause. Ja, Freitag ist immer ein blöder Tag. Da hat man viel Arbeit. Ja, Paulchen? Na du nicht? Ja, du guckst. Du guckst, wa? Ja. Du hast ein Leben. So, jetzt muss das alles wegräumen. Kann was zu tun. Das war's. Nee am lustig. Alles. Emmett.